Wow! Rolltreppe! Wow! Rüberspringen! Wow! Und runterfahren! Wow! 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 Was ist das? Jede Plattform! So! Weg mit dir! Boah! Double Kill! Im selben Augenblick! Ja, wenn ich hier auch mal etwas... Achso, da kann ich nicht durch. Sondern dann von der Seite. Was haben wir? Was haben wir? Geld! Mehr Geld! Mehr Geld! Mehr Geld! Ja, und lesen! Nichts! Gut, kein... nichts zu lesen. Und was haben wir hier? Sag mir irgendwas! Kleiner Pharao Amumu Mann! Wenn es da einen Mann gibt, dann gibt es auch eine Frau. Du darfst keine Waffen in der Pyramide binden. Frau benutzen! Wenn du wünschst, das Rätsel zu lösen vom Tempel, geh in den nächsten Raum. Okay. 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 Mhm. Das hier unten... Ähm... Ja. Ich hoffe, also... So viel haben wir gelernt. Skelette und ein Podest. Ich bin nicht dumm. Ich werde es auch nicht mal annähernd aktivieren. Nein, 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 nein. Wir gehen einfach weiter. Pff. Okay, blink, blink, blink. Haben wir gehört. Ähm... Beschwöre die Kraft der Zwillinge. Die Zwillinge sind zwei und... Auf einer. Die Zwillinge sind sehr gleich. Mhm. Oh Gott. Ich wette, ich muss hier erstmal alle Gegner töten. Blink, blink. Das sieht mir auch wie eine Falle aus. Aaaaaaah! Aber da oben... Da kann ich noch nicht hin. Das bringt nichts. Okay. Angreifen. Ah, und... Jetzt aber... Gut. Und... wieder. Jetzt Shuriken. Hm. Nicht gelöst. Hm. Dann machen wir hier. Soll ich das wirklich drücken? Soll ich es nicht drücken? Soll ich es drücken? Soll ich es drücken? Ich weiß es nicht. W... Pff. 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 Okay, gut. Ähm. Mhm. Gut. Wir gehen einfach mal weiter. Ich sag jetzt echt nix mehr. Okay. Das Lamulana Glück ist auf meiner Seite. Ähm. Gut. Ich bleib einfach auch mal öfter stehen. Wenn ich das angreife, bin ich dumm. Gut. Bin ich doch nicht. Hä? Okay. Also das Rätsel habe ich jetzt gelöst, indem ich einfach nix gemacht habe. Zack. Nach unten gehen und... Wir können hier sogar einfach hochlatschen. Das ist ja herrlich. Nochmal ein Anjuwel. Oh Gott, haben wir jetzt viele. Da kann man noch nicht hin. Aber es ist ja eh kein Siegel, sondern... Also doch schon ein Siegel, aber dafür bräuchte ich erst ein Siegel, um das Siegel zu entsiegeln. Ja. Mh. 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 Dann haben wir da das. Mh. Erstmal kaputt machen. Nix drinnen. Dann hier landen. Wenn du jetzt nach unten kommst, mag ich dich nicht. Mh. Danke. Mal gucken, was uns... Du hier zu sagen hast. Nix. Aber dafür die Steintafel, die lesbar ist. Äh. Derjenige, der alle Rätsel gelöst hat, darf unten weiter gehen. Gut, ich habe aber nicht alle Rätsel gelöst. Dis... Oh, nochmal ein Geheimnis in dem Raum. Hier! Flomie! Flomie! Nicht mich verarschen! Nehmen wir doch mal hier unsere schöne Waffe. Was? Zack, Zack. Flomie. Oh. Popp, papp. Schön. Schön. Flomie geht über mir drüber. Papp! Jetzt. Darf ich das hier kaputt machen? Hier gäbe es ein Geheimnis. Das haben wir gehört. Das war... Mal gucken, wo wir es haben. Erstmal lesen. Zack. Meditiere unter Ujad. Mach nix. Bete einfach. Ja, das haben wir ja. Gut. Das war also die Lösung... Boah, ist so... Die Lösung des Rätsels, was wir jetzt schon gelöst haben, indem wir einfach nix gemacht haben. Finde ich sehr gut. Warum hat es hier aber blüb, blüb gemacht? So blink, blink. Oder heißt blink, blink einfach nur, es gibt hier was. Also egal was, es gibt einfach nur irgendwas. Mein erster Besucher seit 5000 Jahren. Was haben wir denn hier? Eine hitzebeständige Sache und... Diviner Sensation. Die hitzebeständige Sache würde ich mir, glaube ich, holen. Ja. Damit ich einfach in Hitze dann mein Ding benutzen kann. Wie das schon klingt. Okay, mein Ding benutzen, ey. Was geht... Wow. Gut, angreifen kann ich dich eh nicht. Oh Gott. Glück gehabt. Brrr. Moment, muss ich das obere Ding auch aktivieren, heißt es das? Ne. Heißt es offensichtlich nicht. Achso, das hat aber wieder einen Kopf. Vielleicht müssen wir einfach wieder mit dem Chiruken, wenn ich es mal auswählen würde, ich... schöne Nuss... ...dagegenhauen. Und... Zack. Ne, wissen wir nicht. Hm. Dieses Rätsel haben wir also nicht gelöst. Egal. Zack, zack. Weg mit dir. Dann weiter nach unten kann ich... Achso, kann ich schon, aber der Sprung ist dumm. Wow. Pfff. Zack. Hm. Alle Gegner besiegen. Wow, 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 wow. Stimmt, benutze keine Waffen in der Pyramide. In der Frau. Oh Gott. Okay, ich hab's begriffen. Oh, Lebensjuwel. Oh. Oh, oh. Danke, 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 danke. Danke. Die Pidu Pidu. Noch mehr Leben für mich, obwohl ich gerade so viel Schmerzen genommen hatte. Äh, löse das Rätsel. Oder solche werden niemals hier rauskommen. Schön. Werden wir also tun. Kati. Kati. Ja, wir nennen dich Kati. Haha, cooler Name. Katze. Boah, was ist denn hier los? Ja, gut. Zack. Und zack. So. Ne, nicht Pause. Das war falsch. Zack, zack, zack. Die Frau wird schwanger im Mann. Wö? Äh, was? Nun gut, ist es nicht andersrum? Ne, also die Frau wird schwanger, wenn Mann in Frau. Aber gut, okay, vielleicht hab ich jetzt hier irgendwelche sechsjährigen Zuhörer, die das noch nicht wissen. Wenn Mama und Papa sich lieb haben, dann, ne. Lassen wir's kaputt machen, die war's denn. Für mehr Geld. Mhm, gehen wir mal hier lang. Oh, Lebensjuwel. Oh, wir haben ja schon fast die Hälfte des Lebens. Also des maximal verfügbaren Lebens. Außer es gibt natürlich noch so wie in Benjo und Kazooie dann so die Königshonigwabe, mit der wir einfach nur noch halben Schaden nehmen. Aber ich glaube nicht. So, hier kann ich eh nicht raus. Was mach ich hier? Ich wollte hier alle töten, aber es bringt nichts, weil da drüben ist eh so ein Albatross. Da unten? Ne. Das sieht mir nicht danach aus, einfach. Ja, hier immer noch nicht, aber dafür... Ja, klasse! Ich erinnere mich auch daran, nicht die Wände zu berühren. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab keine... Deswegen! Ich frag mich hier schon, wo ist mein Sub-Weapon? Warum klappt das jetzt nicht? Gut. So. Oh, 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 oh! Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das, äh, fällt schon ins Gewicht. Ja, wie auch immer. Ähm, so. Wow, was war das? What the fuck? Das ist riesig groß. Oh Gott, weg hier. Eine hässliche Sonne, okay, aber... Da waren wir doch gerade, oder? Ne. Der Pfad, äh, der die zwei Pyramiden miteinander verbindet. Und Sonne und Mond und eine Treppe nach unten. Okay. Das heißt, hier ist... Ja. Eine Treppe nach unten. Ne, Moment. Wo stehe ich denn in der Mitte? Eins, zwei, jetzt. Nein. Hä? Da bin ich. Da sehen wir mich. Wow, 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 wow. Gut, Vogel ist weg. Das macht... Bing, bing. Können wir das mit irgendeiner Waffe kaputt machen? Moment mal. Ne. Mit dem Messer kommen wir so hoch eh nicht. Oder? Äh, Quatsch. Ne, kommen wir nicht. Hm. Ne. Hm. Aber das macht auf jeden Fall bing, bing. Und wie komme ich hier raus? Verdammte Axt. De, 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 de. De, 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 de. Und komm her, komm her, komm her. Oh, 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 oh. Noch ein Gewicht. Ah, jetzt geht's ja ab mit den Gewichten. Geil. Aber wir können ja über 100 einsammeln. Also schätze ich, dass wir für irgendeinen Raum anscheinend auch über 100 brauchen. Wie komme ich hier bitte wieder raus? Hier unten. Aber da nach oben. Level ab, wieder volle Energie. Oh, herrlich. So. Aber? Ne. Oh Gott, das war auch außerdem gerade Glück, weil ich hab mal wieder eine Wand angegriffen und hab nur nicht nachgedacht und hätte eigentlich verletzt werden müssen. So wie jetzt. Ähm. Hm. Hier kommen wir nicht raus. Das ist doof. Ja, doof ist das doch. Äh. Hm. Durch die Wand, da kommen wir auch nicht, 100 Pro. Oh. Oh, die hat aber den Albatross noch. Schön. Aber nix. Hä? Ich möchte hier bitte wieder rauskommen irgendwie. Äh, außer durch. Na gut. Machen wir es halt so. Drei? Yo. Das ist auch drei. Äh. Yo. 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 Hip-Hop. Äh. Äh. To-Life-Crew. Hm. Ich hab ne neue Brille. Ah. Können wir rüber? Wo kommen wir da hin? Ach hier hin. Okay. Fall mal runter. Ah genau. Albatross. Ahoy. Hm. 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 Nein. Gut. Das können wir angreifen. Aber nur diese Dinger, da dürfen wir nicht angreifen. Diese Steine. Okay, 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 okay. Hab ich mir gemerkt? Zack. Ein Treffer tot. Warum guck ich hier nochmal rein? Weil es nix bringt. Ähm. Wie komm ich denn da hin, bitte? Gut. Die Treppe können wir nicht nehmen. Schade. Hm. Äh. 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 Fall nach unten. 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 Das ist tot. Gut. Ähm. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Wow. Fuck. Gut. Hier waren wir auch. Hier geht's einfach nicht weiter. Uiuiuiui. Doch nach unten. Genau. Der andere Weg nach unten. Den wollte ich jetzt gehen. So sieht's nämlich aus. Ah ja. Jetzt geht's gut weiter gleich. Das ist doof. Er springt nämlich rüber. Und geht nach oben. Ja. Jetzt gehen wir nämlich. Außer du springst gut. Nein. Du springst doof. Jetzt. Nach unten gehen. Oh 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 oh. Oh oh oh. Okay. Lassen wir es gut sein hier. Äh. Nicht schön. Das. Äh. Ich glaube bei der Pyramide kommen wir dann jetzt erstmal so schnell nicht weiter. Aha. Also müssen wir. Äh.